Oh, ich hält meine Schaufel jetzt noch, ey. Oh, meine Schaufel ist alle. Ah, da bist du. Alle. So. Genau. Sauber. Genau. Boah, alter Vater, ey. Oh, aber guck mal, man kriegt mit einer Schaufel ein so'n Graben, also ein so'n Spalt hab ich jetzt fast die Hälfte rum. Ja, ich hab ich hab ein bisschen mehr geschaufelt. Ah, du motherfucking Zombie. Ich hasse die Viecher, ey. Ich glaub, wir nennen sie nicht Zombies, sondern auch Beißer, ey. Ich find, das ist eigentlich ein geiles Eigentlich gut ausgedrückt. Hä? Ich hab's doch abgeknallt. Oh, spinnt das Spiel jetzt schon wieder, ey. Ja. Es spinnt schon wieder, ey. Ja, 273, ey. Ich glaub's nicht, ey. Ich versteh das nicht. Ah ja, solange wir aber trotzdem das together machen können. Ja, natürlich. Ist mir alles recht. Immer auch. Ist, ist mir wirklich. Wobei nicht alles, aber... So. Ah, nee. Oh, oh, oh. Das war falsch. Ist mir egal, warte. Hier, ich kann das eher hinsetzen. Weil es geht nach hier. Oh. Jetzt ist dein auch kaputt. Oh, Vorsicht. Was denn? Was denn? Zombies. Ich bin doch hier oben. Unten mein ich. Ja, hinter dir waren Zombies. Nö. Jetzt, du bist bei mir hochgesprungen. Nö. Wo bist du denn hergelaufen? Ich bin noch hier. Ich bin vor dir. Auf dem Berg. Nö. Ich bin gleich hinter dir. Jetzt bist du hinter mir. Ich bin ganz halt hinter dir schon. Jetzt bist du hinter mir, genau. Jetzt bist du am Graben. Noch nicht drin. Springen wir rein. Jetzt bist du drin. Ja, weil gerade warst du irgendwie, weil da waren zwei Zombies. Ach, fuck. Einen Kriechender und einen. So, ne. Wie gesagt, jetzt müssen wir theoretisch dann da den Graben. Hier so. Wie weit hast du den gemacht bis dahin? Hä? Wie weit du den gemacht hast? Also diesen einen Streifen nur. Ja, bis hier. So. Und den müssen wir jetzt zurück machen wieder. Also bis hier. Nicht hier. Aber du hast, bis zu dem Großen hast du gemacht, ne? Den Streifen. Ja, genau. Stimmt. Ja, bis da. Und dann müssen wir hier, da so weitermachen. Weil ich sagte ja noch, die Bäume bleiben hier stehen. Ja. Sieht schön aus, ey. Okay. Aber da graben wir schon mal. Genau, jetzt müssen wir eine Spitzsacke dann haben. Das hier kaputt machen. Und dann halt wieder einer mit die Schaufel. Am besten. Das hier. Das dauert erstmal noch. Das dauert richtig lange. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, je mehr man baut, desto eher sind die Zombies angelockt. Ey, du blöde Schwein. Komisch, wenn ich hier was kaputt mache, liegt gar nichts mehr auf dem Boden, ne? Boah, das ist wieder dieses unsterbliche Schwein hier, ey. Das kenne ich, ey. Das ist so geil, ey. Ballerst da ein ganzes Magazin drauf. Habe ich? Ich habe ein ganzes Magazin drauf geballert. Ja. Gibt es doch nicht. Na, scheiß Schwein. Ist mir jetzt egal. Ja, hast du wirklich das Gefühl, desto mehr wir bauen? Ja, desto mehr, desto mehr sind sie angelockt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich weiß. Aber kann auch nur ein Gefühl sein. Wenn wir merken, wenn... Wohin läufst du? Ich guck mal kurz was. Ob die radioaktive Grenze hier ist. Hey, ja, guck mal. Hier hört das Level wieder auf, ey. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, bin ich wieder gleich tot, ey. Ja, laufe nicht weiter. Sonst scheiße. Sehr schön. Unser Graben ist bald fertig. So lange kann das nicht mehr dauern. Denke ich mal. Du blödes Zombie. Hätte ich Muniz... Du blödes Schwein, hätte ich Munition, ey. Ich würde dir... so den Arsch versorgen, ey. Also du wirst auch nur bei mir in der Liste als Player Name angezeigt. So wirst du mir als Ingo Viva angezeigt. Ja, das kann ja, das ist halt im Moment... Weil ich kann mich dran erinnern, also wo wir jetzt letztens, äh, nicht aufgenommen, sondern halt gezockt haben. Da war ja auch schon mit Steam. Da war alles, äh... Da war alles in Ordnung. Also das sind wahrscheinlich jetzt im Moment ein paar Fehler, einfach nur. Die wahrscheinlich auch behoben werden. Ja. Steht bei dir ein Zombie da? Nein. Nicht der, der da steht? Wo? Hä? Dein Zombie, der hier war? Am Lagerfeuer? Nein. Nein, hier ist keiner. Du hast doch gerade drauf geschossen, du Blöckmann. Nein. Da steht doch Player Big Mana Eliminated. Oh, das ist aber dann schon lange her. Ich hab vorhin, vor einer Minute, zwei Minuten, einen erschossen. Aber das war nicht hier, das war... Doch, das war hier, aber da warst du noch nicht hier. Das war... Das war... Das war richtig. Jetzt machst du das Schwein, ne? Ne. Jetzt erst das Schwein. Guck mal, ich seh das jetzt grad, wie du hier... Aufs Schwein... Boah, irgendwas... Irgendwas hinkt hier ganz gewaltig. Aber jetzt grad erst wieder, ne? Ja. Also irgendwie... Er ist dieben. Es war schon immer Steam, er. Steam war immer schon lahmarschig. Hauptsache, wir können noch aufnehmen. Ja. Und was halt ist... Komm rein. Wo rein? Ins Haus. Bei mir ist noch helllichter Tag. Bei mir ist schon dunkel. Hä? Bei mir ist 20 Uhr... Bei mir ist es komplett hell. Es war auch... Bei mir ist es 18 Uhr. Hä? So, jetzt musst du nur zumachen, den Eingang wieder. Bei mir ist... 20 Uhr 37. Bei mir ist 18 Uhr 18. Aber irgendwas hinkt hier ganz gewaltig. Oder ich hab ein Update und jetzt ist alles so ein bisschen... Was rum? Also... Naja, müssen wir... Hast du schon zugemacht, das Ding? Ja. Hä? Okay, bei mir ist es noch offen. Wo bist du jetzt grad? Jetzt bin ich in unserem Haus. Im Lager. Warte mal. Ich geh mal kurz hin. Ich steh jetzt an der... An der Kistenwand. Ne, bei mir ist alles leer. Du bist noch immer draußen. Noch beim Schwein. Ist das geil, ey. So zeitversetzt. Ja, wobei, dann ist es aber bei dir zeitversetzt. Weil bei mir bewegst du dich ganz normal. Wo bin ich denn? Ich seh dich ganz normal. Warte, du bist... Hä, warum öffnet sich denn das Menü immer automatisch hier? Ja, das hatte ich auch. Hä? Schon wieder runtergefallen. Blädeid. Ich bin durchs Haus durchgeknallt. Irgendwas ist hier ganz komisch. Müssen wir irgendwie beim nächsten Mal gucken. Oder nochmal die Tage, dass wir, ähm... Das ist ja hammerfett, ey. Dass wir das über... Warte, ich komm nochmal rein ins Spiel. Ich mach mal kurz Quid. So. Verbindungs... Bin ich doch immer bei dir drin? Ne, ne? Ne. Gut, ich geh nochmal... Komm nochmal rein. Mal schauen. Irgendwie war joint the game. So. Wo bin ich jetzt? Du bist bei den Betten gewesen. Jetzt bist du auf meinem improvisierten... Dach. Unter meinem Büro. Also, auf meinem Büro. Genau. Jetzt schlieg ich vor dir, ne? Jetzt bist du grad... Jetzt läufst du grad... Äh... Die Wand entlang. Also, auf dem Podest warst du grad. Jetzt bist du wieder hochgehüpft auf dem Podest. Jetzt läufst du wieder runter. Wie viel Uhr haben wir? 22.22 Uhr. Ich hab 22.19 Uhr. Und die Zeit geht immer... Hä? Ist voll komisch, ey. Die spult immer ganz schnell zurück, ob mein Spiel irgendwie nachhinken würde, ey. Ich glaub, dein Spiel hinkt nämlich nach. Aber sehr doll sogar, weil ich seh' dich ganz normal. Du stehst jetzt bei uns an Reserve-Touren im Moment. Ja, mach ich auch. Jetzt isst du was? Ja, mach ich auch. Aber ich seh' dich ganz flüssig. Das ist bei dir dann ein Problem. Keine Ahnung. Wenn nicht, dann muss ich dir immer sagen, was gemacht werden muss. Wo bin ich jetzt? Äh, warte. Ich muss gucken, wo du überhaupt... Du stehst jetzt an der Küche. Warte mal, jetzt mach mal nichts. Und ich sag dir auch nicht, was mach ich jetzt? Du hüpfst. Okay, das ist dann nicht zeitversetzt. Wie viel Uhr haben wir? 22.23 Uhr. So, ist es bei mir jetzt auch. Hä? Komisch. Aber wir müssen mal überprüfen, dass wir auch beim Aufnehmen bei Steam überprüfen vorher immer, ob wir Updates haben oder sowas halt. Genau. Ich hab keine Updates, das ist auf jeden Fall klar. Ja, ich kann ja beim... Aber bei mir kann es nicht dran liegen, glaube ich, dass bei dir zeitverzögert sind. Ja, das ist ja... Ich hab ja schon vorhin gesagt, mit dem Server. Du hast halt ein schlechtes Internet ja eigentlich. So, und wenn du einen Server aufmachst und wenn Leute auf deinen Server draufgehen, ich glaube, dann ist ja automatisch der Server dann halt... Na, aber wir können das auch nicht mehr wechseln jetzt. Nee, nee, dann ist ja die Welt wieder weg. Jetzt haben wir das jetzt schon so weit aufgebaut, das ist blöd. Hätten wir vorher denken sollen. Genau. Nachgucken sollen. Genau. Aber ich find's positiv, dass wir wenigstens zusammen spielen können. Ja, natürlich. Auch wenn's zeitversetzt ist. Ja, das war beim letzten Mal ja nicht zeitversetzt. Nee, nee, deshalb, vielleicht ist das auch heute einfach nur so. Vielleicht überfüllt, der Steven. Heute ist ja Samstag. Ja, das kann sein. Gut. Boah, ist bei mir im Zimmer warm, ey. Ich hab die Heizung angelassen, aus Versehen. Ich brate hier weg, ey. Oh Gott, ey. Das ist ja schrecklich. Und dann macht der Heizung aus. Hab ich. Ah, okay. Ich mach nachher Fenster auf. Was ist da? Nur so mal kurz. Okay. Ah. Jut, jut, jut. Ist das mal immer zeitversetzt? Wie viel haben wir? Äh, 0 Uhr 27. Ja, 28, 29. 29, 30. Aber auch grad ne Pink von, jetzt hab ich 136. Wenn wir nicht nach draußen geh. Aber das hattest du doch schon mal, oder nicht? Wo wir die ganzen, ähm, nicht fackeln, sondern die ganzen Lagerfeuer aufgebaut hatten. Da hattest du auch so ganz... Und als was stehe ich? Als Player oder als Ingo Viva? Äh, du wirst bei mir als... Also in der Liste, wo die Kills und so stehen, da wirst du als Player nehmen. Da wird aber auch nicht angezeigt, äh... Ne, wen du... Ob du gekillt hast, aber so wirst du mir als Ingo Viva angezeigt. Auch hier, Play Ingo Viva Eliminated, Reanimated, Corpse, 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 Corpse. Keine Ahnung. Hm, okay. Also so wirst du mir ganz normal angezeigt. Nur in dieser... Löhne, das hatten wir aber auch noch nicht. Irgendwo ist hier ne Biene, ey. Hm. Ich hör sie die Rennzeit auch. Ma, kicken, wo ist sie denn? Süße. Wo ist das, Biene? So. Ähm. Ja, das sieht doch schön aus mit dem Kram. Muss ich sagen. Finde ich auch. Ja, es kommt alles allmählich, ne? Also, mein Gott. Und ich hör sie jetzt auch die Biene. Irgendwo in der Nähe. Die ist auf jeden... Da! Ah! Danke. Die ist auf jeden Fall, ähm... Soll ich jetzt sagen. Aber man kann jetzt nicht alles in einer Aufnahmesession, äh, äh, ähm, schaffen. Das ist unnormal, ey. Weil die Nacht kommt immer dazwischen, da können wir nichts machen. Genau. Wir hätten ja keine Nacht. Oder man würde es bei Minecraft wie so einen Friedlich-Modus geben, ne? Dann könnte man, klar, da könnte man auch nachts weiter bauen, aber... Das ist leider unmöglich im Moment. Bist du nur auf dem Dach, ja, ne? Ja. Ich bin jetzt... Achso, gut. Chillier. Irgendwo wie war killed. Ich frag mich nur immer, was eigentlich das Seven in diesen Days to Die hat. Sieben Tage zu sterben. Ja, aber jetzt haben wir heute, äh, äh, den siebten Abend, ne? Aber wir hatten auch schon mal den neunten Abend. Ja. Ja, deshalb, also ich frag mich nicht... Und die gehen einfach davon aus, dass man ein Spiel alleine zockt. Und halt... Hast du schon mal alleine geschafft, sieben Tage hintereinander zu überleben? Ja. Scheiße. Das ist nicht grad... Das ist nicht grad schwierig. Scheiße. Oh, das war schlecht geschossen. Das war schlecht geschossen. So schlecht habe ich noch nie geschossen. War, Zombie, bleib mal ruhig, ey. Zombie. Geht doch. Du hast einen Läufer getötet. Nude-Walker. Eine Nutze habe ich getötet. Das ist ein Mann. Ich weiß. Das ist ein Mann. Naja, dann würde ich sagen, war es das wieder für die Aufnahme-Session? Genau. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn es halt... Ja, bei mir jetzt müssen... Aber ich denke mal, es lag eigentlich einfach an... An Steam im Moment. An Steam, genau. Ja. Aber wir haben viel geschafft und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.